Willkommen zu euch zu Let's Play, die Chronik von Tomb Raider mit Alarmstufe Rot und wir sind in einem Außenareal und müssen jetzt nach oben und die Stelle hier ist ganz einfach zu meistern, einfach um den Typen anschießen und ja okay Ja leider zu spät gelöst, ihr habt es gesehen wie man es macht, das war jetzt Fail von wegen ganz einfach, das wäre der Klassiker, man sagt mal ganz einfach und dann wird man sofort dafür bestraft So, okay Oh, war ein neues Oh, kleinen Moment Nein, ist gerade nichts anderes Gut So, anvisieren Schwingen Zielen Und den Typen Ich sehe mich gerade selber nicht, kann das sein? Das ist voll komisch So, und tschüss Damit wäre das schon mal geschafft So, und wir jumpen nach oben Auf die nächste Plattform Und müssen aufpassen, denn Diese Teile hier Können einstürzen Das müsste auch gleich, ja Da zum Beispiel Da passiert es und Da Fällt Der nächste Kollege So, ihr merkt schon, die verfolgen uns von draußen bei dem Helikopter Und das ist nicht gerade sehr angenehm So, wo sind wir gerade lang? Da oben geht es nicht lang Da ist ein Gitter Dann müsste ich theoretisch Ja, eigentlich Hier bei der Treppe lang Und Ja, das war jetzt Ich glaube, ich bin zu früh abgesprungen Ihr merkt schon, da oben ist Fire Und Das ist nicht gerade gut für die Gesundheit Deswegen müssen wir uns ein bisschen am Rand aufhalten Um vom Feuer nicht erwischt zu werden Ich weiß gar nicht, ob es richtig ist da oben Aber ich glaube, es ist richtig So, machen wir den Typen hier oben nochmal kalt Ganz einfach Weil einfach, einfach, einfacher ist So, okay Dann springen wir jetzt hier rüber Ups Dann geht es jetzt über die Plattform des Todes Aha, aha Aha, ich glaube, ich sehe da was Interessantes Warte mal, geht es da weiter? Oh, das kann sein Vielleicht geht es da rein Ja, hier geht es weiter Cool Achso, ist bloß Aha, ein Secret Eines der letzten Secrets in diesem Spiel Ja, kann ich mich vielleicht jetzt hier Nein, anscheinend nicht Anscheinend kann ich mich nicht mehr da Irgendwie Hochklettern Aber wie soll ich denn jetzt Hä? Wie soll denn das jetzt? Achso, okay Wollte schon sagen, wie soll denn das jetzt funktionieren? Ja, okay Von mir aus kann es sich so heilen Das ist auch in Ordnung Soll mich auch nicht stören Und Pum Und jump Okay, dann werde ich hier aber jetzt speichern Denn Bei dem Sprung war ich ja gerade ein bisschen zu früh gewesen Und hoffentlich klappt es jetzt besser Nein, das war jetzt Auch nicht geklappt Ich glaube, rübersprinten hilft auch nichts Weil dann fallen wir auch runter Da müssen wir so rüberspringen Okay Dann, let's try this, Ray Jetzt hat es geklappt So, übrigens Wenn wir da jetzt Hinschießen Bringt das irgendwie Gar nichts Okay Ich dachte, das Ding würde sich öffnen Aber es scheint sich nicht zu öffnen Hm Jetzt ist die Frage Wo geht es jetzt weiter? Weil ihr seht, hier ist eine Sackgasse Da drüben wäre eventuell ein Weg Aber Wie soll man da hinkommen? Ist hier vielleicht irgendwo ein Schalter oder so? Da oben ist auch nichts Mal alles ganz genau anschauen An der Wand sehe ich auch kein Schalter Da sehe ich auch nichts Und unter mir befindet sich auch nichts Hm, das Oh, das ist jetzt Ja, das ist schon knifflig Schon das erste knifflige Rätsel In dieser actionreichen Stage Irgendwas ist mit dieser Plattform da vorne In dem komischen Teil hinter dem Feuer Ja, aber ich weiß es gerade echt nicht Was es sein könnte Ich komme nicht drauf Ich komme nicht drauf Unten ist auch nichts Na, kann nicht einfach nur ein Schalter sein oder sowas? Muss es jetzt so kompliziert sein? Ja Anscheinend schon Ach Jetzt geht es plötzlich Vorhin hat es nicht geklappt Ach, egal Das war jetzt eigentlich nur probieren Und es hat trotzdem funktioniert Cool Okay Das sieht schon mir irgendwie gefährlich aus Aber ich habe da glaube ich was gefunden So eine Deckenklappe Oder ist es nur Textur? Ne Das ist eine Klappe Ja Ja, ich habe keinen so einen Teil Ach Ach du Scheiße Ernsthaft Ich bin dumm Ich bin dumm Ich habe doch eine Waffe Boah, das war wieder Das war wieder richtig schlau Boah, ich habe ganz vergessen Dass ich ja meine Waffe jetzt wieder bei mir habe Boah, Mann Das war jetzt ausgewohnt Keine Waffen zu haben Na ja So können wir uns jetzt wenigstens besser wehren Kann ich den Typen vielleicht von hier unten irgendwie killen? Ne Mit Scharfschützen wäre nicht Okay Okay, ich glaube das geht von hier unten gar nicht Ach komm Machen wir es ganz einfach so Dann hat sich das Ich habe das Gefühl Es ist nicht so leicht wie es aussieht Wusste ich doch Dass dein Kopf mehr zu bieten hat Als nur ein hübsches Gesicht Versuch mal mit der Infrarotbrille im Held Infrarotbrille Hm Fanghaken haben wir Den brauchen wir jetzt noch nicht Ja Es ist nicht so einfach wie es aussieht Oh Gott Das war jetzt knapp Das wird jetzt schwierig Das wird jetzt richtig schwierig Wie soll ich denn sowas abschätzen können? Boah, das ist kacke Man kann die auf Dauer nicht aufhalten Und Ja, wie soll denn das dann ohne Infrarotbrille In der kurzen Zeitspanne funktionieren Nur durchzukommen Boah, Leute Was habt ihr euch hier ausgedacht? So Hier sind wir Ich bin ja schon mal sicher Okay Einfach nur das richtige Timing abpassen Lieber zwischendurch mal speichern Falls wir nämlich jetzt einen Fehler machen Ui, 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 ui Ist das gerade actionreich Boah, halleluja Okay Okay Oh Gott Das hat nochmal geklappt So, noch eine Schranke Noch eine letzte Schranke Ach, geschafft Das klingt nach Gefahr Das klingt nach Gefahr Ui, 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 ui Leute Das letzte Level hat sie nochmal richtig in sich Das könnt ihr wissen Das letzte Level hat sie echt wieder in sich Heidewitzka Der Weg zum Dach ist schwerer als wir dachten Aber So langsam Stück für Stück Meistern wir die Herausforderung Und komm dem Ziel immer näher Na, okay Adios Was hast du hier? Du hast gar nichts Toll Ist ja auch mal nett Dass du einfach mal gar nichts bei dir hast Ja, danke Das kann ich auch so was von riechen Boah, ich hab fast keine Munition Hier kann ich durch Das sieht aus wie so eine Art Hangar oder so Was haben wir hier schönst? Ich glaub da liegt Munition Ja, das ist Munition Gut Puh Ich hab's übersehen Da ist ein Knopf Den wir drücken können Oh, und was macht dieser Knopf? Der schaltet doch bestimmt irgendwas aus Müssen wir uns vielleicht beeilen? Oder sowas? Hm Zwei Wege Viel zu viel grad Viel zu viele Wege Viel zu viele Wege Ich glaub da kommen wir Nein, da kommen wir nicht lang Gucken wir uns erstmal hier ein bisschen um Da kommen wir nicht rein Da kommen wir auch nicht rein Dann vermute ich einfach mal Dass der Knopf vorhin Ach so ist das Verstehe Das also hat Dieser Schalter gemacht Okay Wir müssen also ein bisschen Scharfschütze spielen Und Versuchen die Teile hier zu treffen Bams Bams Und Bams So, gut Was hat das jetzt Gebracht? Oder war das ja einfach nur jetzt Training? Ich hoffe mal Hat jetzt was gebracht? Ansonsten Wär das grad echt ärgerlich Ja, doch Die Tür ist jetzt offen Nein Achso, ja Das kann man sowieso auswählen Okay, gut Dann hab ich nichts gesagt Oh Munition La 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 Das ist schön Okay Shrunken Vor den Waffenkammern Ach, schade Ich kann die Instant Waffen nicht erreichen Äh Wär das auch zu einfach Was haben wir hier? Fanghaken Amu Den zweiten Kann ich hier durch? Ja, kann ich Anscheinend Und der Boden gefällt mir nicht Ich glaub Ich werd lieber speichern Weil ich weiß nicht Ob der Boden schon wieder Jetzt so überhitzt ist Oder Nicht Speichern Okay Boah, dieser Raum Gefällt mir irgendwie gar nicht Irgendwas passieren würde Lachen wir nochmal Das hat mich gerade zu sehr überrascht Das hat mich gerade zu sehr überrascht Doch jetzt weiß ich, dass dort ein Gegner lauert Ha, so einfach kann's natürlich auch gehen Scheiß auf die Splinter Cell Methode So kann man's auch machen Gibt's irgendwas? Okay, da oben seh ich doch was besonderes Und zwar glaub ich Munition Die lass ich natürlich nicht liegen Klappt das? Nein, klappt nicht Schal So Dankeschön Für die Munition Was haben wir noch? Da oben kommen wir Glaub ich nicht hin Ne Da kommen wir nicht hin Gut Dann war es nice Dass es hier Munition gab für uns Find ich cool vom Spiel Das können wir nicht anfassen Ansonsten sind wir tot Ist zwar ein bisschen schade Aber es ist auch verständlich Ich glaub sogar Wir müssen hier lang Ja Die Waffen sind weg Die scheint sich irgendwer genommen zu haben Oder waren die gerade schon mal weg Ich glaub die waren vorhin auch schon weg Egal Wie komm ich denn jetzt da hin? Moment mal Die Wand dort sieht irgendwie verdächtig aus Gut Passiert aber nichts Kann sie nicht hochklettern Hm Moment mal Aber es ist ja gerade Nee Das kann nicht sein Das ist sowieso da Kann sich vielleicht irgendwie Darum festhalten Und dann langhangeln Ich will es gerade mal versuchen Weil das wäre die einzig Mögliche Methode Nee Funktioniert nicht Hä Was ist denn das für ein Raum? Wie soll man das denn machen? Boah Was habt ihr euch hier gedacht? Eidos Was habt ihr euch hier gedacht? Wie löst man das? Wie löst man dieses Rätsel? Ich habe gerade keine Ahnung Es gibt hier keine Bodenklappe Und nichts Es gibt bloß die nach Da kommt man nicht hin Da kommt man von hier aus nicht hin Dann muss ich doch vielleicht mit den Waffen irgendwas machen Ach Wartet mal Ich glaube ich habe eine Idee Wir haben doch hier den Fanghaken Kann es vielleicht sein Dass ich irgendwie Nein Das klappt nicht Fanghaken scheint nicht zu funktionieren Nee Gibt nicht Ja weil ich dachte man könnte es vielleicht den Fanghaken hier aktivieren Und dann Irgendwie Oder vielleicht von der Mitte aus Dass man so eine Art Seil hier benutzen kann Nein Klappt auch nicht Ich bin überfragt Ich bin überfragt Ich bin überfragt Was hier zu machen ist An die Waffen kann man nicht ran Weil Ich zeige euch was dann passieren würde Wenn wir versuchen würden die Waffen zu berühren Okay Einfach mal nichts Durch diese Schranken scheinen wir Ja durch die roten Schranken sterben wir Und durch die Grünschranken die Blockierung scheinen wir einfach nur Okay Die anderen wurden Rot Heißt Blocken Und Rot Grün heißt Blocken Und Rot heißt Tod Okay Dann weiß ich jetzt Bescheid Bescheid Was muss ich denn jetzt hier machen Schon wieder Rätsel Schon wieder Rätsel Und das Behindert ein bisschen das Vorankommen Da geht es nicht lang Kann ich vielleicht Hier kann ich ja nicht lang Und das Wallerspiel Kann ich auch noch nicht nochmal machen Das ist ja wie gesagt abgehakt Oder kann ich jetzt hier drüben vielleicht lang Durch die Tür Nein Auch nicht Ich verstehe schon mehr nicht Ich bin schon wieder confused Können wir nicht lang Funktioniert nicht Da geht es auch nicht lang Es muss mit diesen Räumen hier zu tun haben Anders geht das gerade gar nicht Kann ich von Grün was wegnehmen Achso Ich kann da was wegnehmen Oho Ja das wusste ich jetzt nicht Dass ich da was wegnehmen kann Okay Grün heißt also Dann nicht blocken Grün heißt dann Dass ich irgendwie Das doch rausnehmen kann So gut Wohin jetzt mit dem Empfanghaken Ich vermute mal Ja Das Grün Das heißt Überall wo es so grün ist Kann ich dann sozusagen Mit dem Empfanghaken entschießen Cool Dann haben wir es jetzt rausgefunden Das gefällt mir Ich glaube ich weiß auch schon wovon Also von welchem Punkt aus das klappen könnte Und zwar ziemlich gut Zum Beispiel von einer Höhung wie diesen Da komme ich nämlich ganz locker an das Seil heran So Zwei Seile können wir uns bauen Und jetzt muss ich erstmal warten Bis Ich wieder Bis ich wieder ruhiger hänge Bis ich wieder ruhiger hänge Na Passt das Oder passt das nicht So Immer schön mit Schwung das Ganze Ansonsten wird das nichts Boah Die schwingt aber ganz schön langsam Muss ich gerade mal sagen Okay Das war zu wenig Könnte das Seil vielleicht sich mal beruhigen Gut es scheint sich langsam zu beruhigen So Ja Was mache ich jetzt Erstmal So tief wie möglich Na Wird das funktionieren Oder wird es nicht funktionieren Das muss funktionieren Oder wartet mal Ich habe da gerade Gedanken Vielleicht Liege ich da auch gerade richtig Ich meine Guckt euch mal die Wand da an Sieht nämlich gerade sehr verdächtig aus Sieht nämlich gerade sehr verdächtig aus Irgendwie habe ich das Gefühl Bei Tomb Raider 4 konnte sie irgendwie Ein Stückchen Ja ich habe es gewusst Bei Tomb Raider 4 konnte sie irgendwie ein Stückchen länger irgendwie hangeln Beziehungsweise weiter Mit dem Seilschwingen Als hier bei der Konik Als hier bei der Konik Es kommt mir irgendwie so vor Als wenn sie so langsam Langsam schwingt Vielleicht ist euch das gerade auch aufgefallen Oh Was ist hier los Ach du Scheiße Nein Oh Gott ich habe verkackt Rein da Rein da Rein da Rein da Kommt die hier durch Ich glaube die kommen hier rein oder Ja ich glaube die kommen hier rein oder Scheiße 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 Oh nein Na kommen sie rein oder Ich habe verschissen Weil so wie ich jetzt Umhangle und Durchgehe Bin ich so gut wie tot Oh Der Part ist lang genug Deswegen würde ich sagen Mache ich hier einen Schnitt rein Das war es für heute von Tomb Raider 4 Die Chronik Dieser Part hatte etwas überlänge Mag ich gerade Und deswegen Tschüssi Koffske bis zum nächsten Mal Also